Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Norman Jankowski. Ich bin Teilnehmer beim Agentursurfen und bin für zwei Wochen Praktikant bei Weber Schendwig. Was war dein erster Eindruck von Weber Schendwig? Sehr große Agentur. Was war das Highlight der letzten beiden Wochen für dich? Das Highlight war im Content arbeiten. Tee oder Kaffee? Kaffee. Corporate PR oder Consumer Marketing? Consumer Marketing. Was ist dein Traumberuf? Ein 3D Artist. Für welches Unternehmen würdest du gerne mal arbeiten? Disney. Worin bist du ein echter Nerd? Football. Was ist berufliche Erfüllung für dich? Zeit für die Familie und auch genug Geld für die Familie. Risiko oder Sicherheit? Sicherheit. Welche Klischees über Agenturen haben sich für dich hier bestätigt? Viel Kaffeekonsum und keine geregelten Arbeitszeiten. Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer. Wann kommen dir die besten Ideen? Kurz vorm Einschlafen meistens. Mit wem würdest du gerne mal einen Tag verbringen? Eigentlich nur mit meiner Frau. Was ist der beste Rat, den du hier bekommen hast? Kenne das Problem. Was ist dein Lieblingssnack aus dem Agenturkiosk? Wunderbar. Und jetzt als Fazit, Agentur ja oder nein? Ja. Bis zum nächsten Mal.